Saman oder Sama. Saman oder Sama mit einem kurzen A am Ende und einem langen A am Anfang heißt Lied, heißt Melodie, heißt das, was gesungen ist. Das ist Sama oder auch Saman. Vielleicht kennst du Sama-Veda. Das ist der Veda, der besonders gesungen ist. Das Wissen um Melodien und Gesänge. Also Saman mit langem A ist also Melodie, Lied und etwas, was gesungen, komponiert ist. Im Unterschied zu Sama, das heißt Gleichmut und heißt Ruhe des Geistes. Ja, das war's für heute. Wenn du mehr wissen willst über Sama und Sama und vielleicht auch Sama-Veda, dann geh auf unsere Internetseiten auf www.yoga-vidya.de Dort findest du ein Suchfeld, dort kannst du eingeben Sama oder Sama oder Sama-Veda und du bekommst viele weitere Informationen.